Leute, es geht los. Boah, ich schreibe erst mal Pik den gelesen. Ja. Ach so, scheiße. Ich muss den anderen nehmen. Den Hori... Den Hori von Model Comic kann ich nicht nehmen. Weil ich ja Kamera und Bewegung und so alles steuern muss. Deswegen gibt das nicht. Mann, ich muss extra draufklicken. Was ist denn jetzt los? Was ist denn das für eine Scheiße? Fick dich doch, du Arschloch. Du verblödetes Mistschwein. Hä? Warte mal. Fick dich, ey, du beschissenes Mistviech. Ach so, so. Ach so, so eine Scheiße. Warum geht das Spiel nicht? Wieso wird mein Control nicht unterstützt? Alter, sind die behindert oder was? Die Wichser, ey. Es wird immer schlimmer, ey. Es werden Spiele nicht fertig gemacht. Hier, so eine Scheiße passiert auf einmal. Was soll das? Ey, das sind solche Wichser, ey. Die ganzen Spielefirmen sind... Hä? Oh nein, hab ich das... Oh nein, ich hab das voll weggemacht. Scheiße. Ich hab's weggemacht, ja. Scheiße. Ich hab das Ding nicht mehr. In EA. Oh nein, ich hab's weggemacht. Oh nein, ich hab's weggemacht. Ich hab's weggemacht. Und wie ist das Ding? Ja okay Hm Hey Freunde, herzlich willkommen zu Outlast Naja, dann habe ich jetzt was anderes Riechenes gespielt Scheiße, weiß ich nicht mehr Habe ich das mit Controller gespielt oder mit Was in das Natur? Gute Frage Die Feststelle mit dem Haus Weil die Munition irgendwie so ist, dass ich es nicht packe Wer geht das denn nochmal? Aha Was? Alter, ist auch wieder so eine Figur die nichts aushält, auch geil Wieder so ein Schlappschwanz Dann muss die Waffe wieder extra laden Auch sehr schön Für diesen Realismus Stürbt man dann an Spielen, wenn man es nicht schafft Das ist ja eine Scheiße 2.000 Jahre später 2.000 Jahre später So, das ist eine Weile vergangen Okay, ich habe dann Mehrmals Mehrmals Star Wars Star Wars Jedi Survive Installiert Und es ging nicht Weil ich diese EA App Entfernt hatte Okay So, aber ich konnte da wenigstens Lost in Random Wiederspielen Das ist scheiß auf Survive Also Star Wars Also vor paar Tagen ging es noch 11. Juli Habe ich Zwei Sachen freigeschaltet So Und jetzt geht es Weil EA so eine scheiß Geldgeile Mistschlampe Oder was auch immer das Problem ist Nur weil es irgendwie Weiß ich nicht Weiß ich nicht Vielleicht Keine Ahnung Weil die registrieren Das ist irgendwie vielleicht anders gelaufen Oder was weiß ich Haben die auch das Spiel jetzt Mir weggenommen Oder was auch immer Das funktioniert einfach nicht mehr Das ist auch hier Wenn man hier guckt Hier Die Cloud Status Ein Cloud Status Und hier nicht Meine Scheiße geht jetzt überhaupt nicht mehr Alter ey Wie Wichser Vielleicht unterstellen sie mir jetzt irgendwas Oder was weiß ich Das geht jetzt wieder nicht Jetzt kann ich das nochmal deinstallieren Und nochmal installieren Oder was Alter ey Ey Wir haben Ja Mal öffnen Juli lief es noch Am 16. lag das nicht mehr ey Was soll denn so eine Scheiße Mal sehen Mal sehen Mal sehen Als ich Vielen Dank.